jo leute was geht? euer iOS Game wird am Start mit einem mc4 gameplay und ja ich weiß nicht wie ich den Titel nennen werde ich heute irgendwas so mc5 news fragezeichen oder small talk keine ahnung auf jeden fall ich wollte nur kurz reden über mc5 ich kann jetzt ja nicht lang reden auf jeden fall ja es sind noch mc5 news kommen ich weiß das video kommt schon spät aber ja was soll man machen ich habe derweil keine Zeit gehabt auf jeden fall ja es sind nicht ich finde nicht dass das so große news sind für mc5 wie lange sie schon arbeiten für das spiel und für das finde ich eigentlich dass es ziemlich wenig infos sind gut wir wissen dass der charakter phoenix heißt oder phoenix wie man es ausspricht ja dass in venedig gespielt das spiel aber das hat man schon am anfang gesehen mit dem trailer und alles und das haben sie auch gesagt und ja dann stehen halt nur so genau dass es spiel dynamischer und mehr mit action gemacht wird dass die missionen kürzer sein und so und ja das sagt das songs immer und alles und ja ich finde eigentlich ist wann die mc2 und mc3 stories mc2 war mein lieblings story weil da war echt dschungel dabei keine ahnung was da noch es war auf jeden fall immer anderes gebiet dann waren wir auf einem schiff weil das so lange nicht mehr gespürt das game auf jeden fall ja da steht halt drin dass es die ganzen dynamische sind die äh missionen und ich muss echt sagen seitdem die news da sind schauen wir fast jeden tag den mc5 trailer rein und denken mir fuck alter ich will mc5 haben ähm ja ich will es einfach haben weil es endgeil ist im trailer halt und auch bei dem anderen habe ich der was das am ipad spürt die grafik schaut extrem geil aus und ja ich finde ich finde das game einfach von dem trailer her und alles richtig geil und man kann nicht sagen durch den trailer ob es jetzt cool ist er spürt er nicht und ja das ist dann auch ein bisschen ein Nachteil weil du kannst nie sagen zum beispiel call of duty trailer gibt es auch beide was gut ausschauen aber spürt er nicht scheiße ist und es ist einfach so deswegen will ich mich da nicht so viel reinsteigern dass es gut ist so wie andere leute die was ich kenne was sagen die ganze zeit das wird so geil als mc5 ähm ja es ist sicher geil wenn es geil wird aber ich sage da nichts dazu ob es jetzt ob ich es gut oder schlecht finde weil ähm wenn ich denke die ganze zeit nur denke jetzt da boah das wird so geil und dann ist irgendwas was mir nicht gefällt und dann denke ich mir schade was sind das für dreckspiel und das will ich dann nachher nicht mehr haben dass ich ähm denke das ist einfach ein scheißspiel ich bin einfach neutral ich kann ich denke mir einfach es kann scheiße und gut werden und damit hat sich die sache weil ich bin nicht so einer der was nur durch einen trailer jetzt schon weiß dass es gut ist oder dass jetzt ein paar andere leute sagen das spiel ist geil ähm weil jeder mag was anderes bei spiele ähm ja ich mag zum beispiel spiele die was abwechslungsreich sind wo es ähm wo nicht gecampt wird und so auf jeden fall einfach ein gutes spiel wo keine überpowerten waffen sind und das alles aber das habe ich schon mal gesagt in einem video was ich mir für mc5 wünsche obwohl das jetzt eh schon wieder älter ist auf jeden fall ich habe zum gameplay noch gar nichts gesagt auf jeden fall es ist von ähm von mir spürt mit der kr und ja ich habe mir gedacht ich könnte mal ein face commentary machen facecam commentary aber ich weiß nicht wie ich das ähm alles schneiden kann und so einfügen kann dass das funktioniert mit mein ähm mit meinem programm weil ich glaube mit dem programm wo ich arbeite geht das nicht ich meine ich habe jetzt Adobe Facts oder so das ist ja wirklich einfach nur so ein billiges programm und das ist dann halt ein bisschen scheiße und deswegen weiß ich nicht wie ich das einfügen kann und auf jeden fall ja ich will sonst noch was zu nennen sprechen ich will eigentlich nur so ein kleines video mal wieder machen weil es ist wirklich schon wieder länger her dass ich ein video gemacht habe und es tut mir auch leid leute dass kein video kommt aber ähm derweil geht es bei mir echt nicht ich habe zu viel zum tun und komme auch nicht zum hochladen und alles und die ganzen Funnails machen das bearbeiten schneiden rendern dann rendern dann mein computer so langsam alter da kriege ich so boah da könnte ich durchdrehen alter dauert eine stunde für so ein scheiß video bearbeiten alter da könnte ich durchdrehen und ja das geht mir dann halt ziemlich auf die klöten kann man sagen und deswegen ja es geht sich von der zeitleitung nicht aus ich will auch schauen dass ich mehr live commentaries mache weil ich gesehen habe dass euch dass euch auch haut wenn ihr ein bisschen rage quitt aber ja ich werde jetzt solche Videos nehmen wo ich echt nur herumschimpft war das ist kein niveau bei einem video wenn es nur weiß ich nicht hohensohn oder so in dem video schreist ähm deswegen werde ich da nur so so ein geometri-täsch wenn man sich da manchmal aufregt habe ich nichts dagegen das ist ähm ich spiele das auch gern und ich habe echt gesehen das ist echt krass leute ich habe bei den ersten nein beim zweiten oder beim ersten ich weiß nicht auf jeden fall bei einem geometri-täsch habe ich schon hundert dreißig aufrufe das ist echt geil muss ich sagen weil ich hätte mir nie gedacht dass das Spiel wirklich so gut ankommt und ja deswegen werde ich das wahrscheinlich auch noch weiterführen ähm da lasst euch alles noch überraschen ich habe mir gedacht vielleicht mache ich ein clash of clans ich weiß es nicht ähm die app review ist zwar nicht so gut angekommen aber ja ich finde es eigentlich ganz geil wenn ich immer so eine app review mache weil dann sehe ich immer wie es euch gefällt und dann kann ich das gleich entscheiden auf jeden fall ich bin jetzt raus leute ich muss jetzt gehen oder was machen und ja schaut bei twitter und bei bei twitter und bei ringo vorbei ich bin raus leute ciao